Alles klar, mein Name ist Prinz Pi auf Joke TV und der nächste Joke kommt von... Ja, moin! Mein Name ist MC Koralle und ich habe heute einen Witz für Joke TV. Und der geht folgendermaßen. In einem fernen Lande ist ein Wohnhaus, in dem viele Leute leben, unter anderem der Herr Isak Mayer. Und der Herr Isak Mayer hat die Angewohnheit, das Treppengelände runter zu rutschen. Und das macht er halt so, jeden Tag, wenn er aus dem Haus geht. Die Vermieterin findet das nicht ganz so geil. Und eines Tages macht sie das so wütend, dass sie einen Nagel nimmt und in das Treppengelände rein hämmert. Ein paar Tage vergehen, sie ist wieder beruhigt, trifft den Herr Isak Mayer im Treppenhaus, der zu Fuß geht dieses Mal und sagt so, moin, Herr Isak Mayer. Und er so zu ihr, ja nur noch I.M. Sack und Eier hängen am Haken. So, ich bin der Stanko, ich bin der DJ vom MC Koralle. Und ja, ich habe da auch noch einen Witz. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen mir und dem Jesus? Ja, was ist denn der Unterschied zwischen euch? Ja, ich weiß echt, der Ausdruck beim Nageln. Das ist sogar, bei dem Sie? Jochen Karl-Pinzi.